So, da ist mir gerade das Spiel gecrashed. Das hört sich zum Kotzen. Ja, Lockpicks. So, bis zu den Tresor bin ich gekommen und dann ist ja alles abgekackt. So, Kotzen. Ja, das werden wir nochmal sehen. So. Und? Diesmal geht's. Okay, wunderschön. Ja, ich habe gerade eine Tresor geöffnet. Okay, danke. So, eine Schiffra. Die hier vielleicht? Nee. Okay. Oh. Okay. Okay. Ja, nur noch neun Schüsse. Das ist echt wenig, was wir noch haben. Okay. Achso, da kommt man nicht rein. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Einer muss Schmiere stehen. Ich stehe immer Schmiere. Fertig. Dankeschön. So, was gibt's hier drin? Geld. Okay. Okay. Noch mehr Geld. Küsten können wir hier nicht rein. Uh. Das ist schön. Okay, dann nehmen wir ein bisschen Heilung mit. Gut. Leben ist immer gut. Was haben wir hier noch? Oh, ne neue Fähigkeit. Ah ne, ups. Ähm, dann tausch nochmal. Mach mal. Hm. Okay. Woah. Disgusting. Okay. Press to generate a magnetic shield. Hold. Hold to absorb damage and release to throw it back. Hold and release to create an explosive trap. Aha. Okay. Rechte Maustags um ein Magnetschild aufzubauen. Okay. Halte rechte Maustags gedrückt um ein Schild von dir zu tragen. Okay. Okay. Cool. Okay. Was haben wir da oben? Gesundheit. Geld. Geld. Sehr schön. Wo sind wir denn jetzt? Ach, da sind wir. Okay. Ja, hier brennt alles. Hier, gut aufheben. Mach ich. Danke. Ja, wir haben wieder Munition. Sehr schön. Gefunden. Klasse. Oh. Ich hab Munition gefunden. Die Revolution steht bevor. Ich seh zu, ob ich noch was finde. Das stimmt, du Scheiß-Hobber. So, wo sind sie? Okay. Na dann! Wo denn? Wo denn? Okay. Oh! Fischengeld. Wohl, Gesundheit könnte ich wieder gebrauchen, merke ich gerade. Hm. Ach, guck mal, ich hab noch ne Tür. Kannst du das knacken? Ach, das wird nicht lange dauern. Na dann ist ja gut. Fertig. Dankeschön. Geld ist okay. Was haben wir hier? Ah, Fischengesundheit fand ich auch fest. Okay. Auch leer. Oh! Ein Ausrüstungsteil? Äh, mein Gegner... Äh... Unverwund... Ah, ja... Nur Ausrüstung. Okay, dann gehen wir weiter. Was für Abordelutestes? Alles verlassen. Oh, schade, da kommen wir gar nicht rein. Hm. 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 Anfeuerbar. Ah. Sehr schön. Noch mehr Geld. Und Giedrische, sehr schön. So. Was haben wir hier? Ja, weidet ihn aus. Ist okay. Uh, Lockpick. So, mal gucken, ob wir noch irgendwas finden. Okay. Okay. Nur die Ruhe. Alles in Ordnung hier. Okay. Nee, hier ist nichts zu sehen. Okay, hier sind wir jetzt. Was haben wir hier? Alles kaputt. Wie soll sich die Stadt jeder von erholen? Am besten gar nicht. Ja. Oh, was ist das hier? Das Haus kenne ich. Das Haus kenne ich. Es gehört Arbert Fink. Ich, ich liebe seine Musik. Ob er wohl da ist? Hm. Ging gar nichts. Okay. Ich dachte, man kann diesen Riss öffnen. Na gut. Na gut. Hm. Schade. Schade aus. Ich weiß nicht, von welchem Musiker du dir die Noten borgst. Aber wenn er nur halb so genial ist, wie der Biologe, den ich jetzt beobachte, tja, dann wirst du der Mozart von Columbia. Ja. Okay. Wir müssen da unten. Dann gehen wir mal. Hier rüber auch. Nee, da ist nix. Okay. Dann war ich hier dran. Eine Kruft. Okay. Ist alles voll. Diese Silberegels können Wert verlieren, aber Gold ist wertbeständig. Der Bursche hier hat der Karies. Hm. Okay. Komm da raus! Hm. Hat ich jetzt einiges nicht so vor, aber okay. Ach so. Das sind die sterblichen Überreste von hier. Medizin. Okay. Wär hier ein großer Kampf, oder was? Okay. Und hier. Hm. Ich bin jetzt gerade ein wenig überfragt. Lockpack. Oh, die klemmt auch noch. Okay. Ich hab Geld gefunden. Bedankt. Ja, nehm ich. Okay. Mein Friedhof. Na ja, okay. Aber sonst ist ja auch nix. Okay. Hm. Okay. Nee, ich behalte doch lieber der Rot. Okay. Ist auch nix. Hätte sein können, dass da irgendwas ist. Oh, hier kann man duschkochen. Da, diese Banner. Scheint, die Vox haben ihre Lieblingsfarbe gewählt. Na ja, sehr passend. Rot, ja. Okay. Okay. Ach, wir müssen auf den Tank. Okay. Hm. Okay. War auf jeden Fall ein großer Kampf hier. Was sonst ist Anarchie als ein Messer im Rücken unseres Propheten? Ja, wo ist er? Nein, der ist leer. Verdammt. Ich schlage nicht ab. Okay. So. Ja, wir haben wenigstens so eine Feuerunterstützung bekommen. Er versteckt sich da. Ja, ja, ja. So. Okay. Wieder trinken. Okay. Das heißt, wir wollen sind hier wahrscheinlich. Nein. 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 Na, Taschen leer. Dann gehen Sie lieber weiter. Mist. Ich hab ihn verloren. Zeit drauf. Ach. Ach. Gut. Noch einer? Ja. Okay. Puh. So, da waren die Tür zum Öffnen. Machen wir mal auf. Elisabeth, hilfst du mal? Einer muss schmierig stehen. Bitteschön. Okay. Ja. Ja. Vor allen Männern sah der Sergeant mich an und sagte, in ihrem Stammbaum gibt es ein, zwei Tippis, oder, Junge? Diese Lüge, dieser Rufmord hat mich von da an stets verfolgt. Von diesem Tag an nannte mich keiner mehr seinen Kameraden. Erst als ich die Tippis mit den Squaws darin niederbrannte, betrachteten sie mich als ihresgleichen. Nur Blut kann Blut tilten. Ah ja. Mal gucken. Was ist das hier? Erhöht die Streuschadenradius von Sprenghoff. Okay. Wow. Total interessant. Ich weiß nicht, da hinten ist noch was, oder? Schnell nochmal hier hoch. Ah ne, das ist zu. Okay. Das ist ein Scharfschützengewehr. Was ist hier? Ne, hier ist das. Das sah so aus, dass da was wär. Okay. Dann gehen wir weiter. Immer schön am rennen. Okay. Auch abgeschlossen. Zu alles. Okay. Scharfschütze, Vorsicht! Du gehst nirgendwo hin! Vollbleib! Keinen Rennen! Entfernen! 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 Auf die Schnauze! Er ist verschwunden! Er ist verschwunden! Oh, oh, oh! Bluter Schwein! Weiter kämpfen! Okay, hab ihn. Okay. Oh, hier ist auch ein Schloss. Kannst du dir das mal ansehen? Das ist alles? Keine große Herausforderung. Öffnen. Aber klar. Geschafft. Okay. Du musst mich doch nicht angreifen, du Arsch. Okay, neustausrüstungsteil. Okay, beim Springen von einer Skylinie. Okay. Ach, höher geht's nicht. Okay. Hier gucken. Hm. Nee, Pistole will ich nicht nehmen. Aufhallen. Okay, dann gehen wir nach unten. Hm? Ja, ja. Mehr vom besten Wein, James. Ah, toll. Oh! Ah, toll. Oh, I'm all in there. Oh, I'm all in there. Oh, I'm all in there. Heute Nacht schlug der Prophet gegen seine politischen Gegner los. Er predigt Gnade, aber 40 Menschen liegen heute tot in anonymen Gräbern. Wenn es einen Menschen gibt, der der Gnade unwürdig ist, dann ist es mein Mann. Doch als ich jenseits aller Vergebung stand, bot er sie mir trotzdem an. Wie kann ich jemandem die Vergebung verweigern, der sie mir so liebevoll gewährte? Hier, für die Kasse. Okay. Überall tot, ey. Ach ja. Münzenquänzchen, sehr schön. Und noch mal eins. Verschlossen. Na klar. Bitte sehr. Danke sehr. Weiter geht, Brüder. Gleich ist der Sterne. Aaaaaah! 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 Okay, wo komm... Kommen die her? Hä? Hm... Interessant. Hey, da ist dein Lockpick! Wo? Da ist dein Lockpick? Hm... Ah! Okay... Deswegen haben wir jetzt hier... Na gut. Auf... So... Okay, ist voll. Okay, haben wir voll. Okay, haben wir voll. Oh! So... Elizabeth? Hä? Was sind wir denn jetzt? Wieder an der selben Stelle? Okay... Okay... Ach, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Ähm... Okay, äh... Dann... Ja... Gut... Dann verabschiede ich mich erstmal hier von euch, ja... Und wir sehen uns dann sozusagen Richtung Ziel. Ähm... Und es war alles Gute und... Ciao, ciao euch! Bis jetzt! Wenn ihr mit dir durch geht's en engen worlden, dann wäre es drin.